Ich bin nur ein normaler Typ und möchte ein normales Leben haben. Killing toys of all little things. Ich will nach Hause! Also deine Mama hat Korsakoff-Syndrom. Korsakoff? Weißt du, was das ist? Weißt du nicht? Hat sie echt fertig gemacht, dieser Technoscheiß. Was steht denn da drauf? Darf ich es lesen? Versprich mir immer, du selbst zu sein. Nummer 3. Versprich mir, nicht zu vergessen, mich umzubringen, falls ich blöd im Kopf werde und man mich wegsperren will. Dreck me alone. My bones are dipped in a rub. And they keep on sinking. Okay. 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 Amen.